Bei EURESPAR in der Villacher Straße in Klagenfurt gibt es seit Mitte Oktober die neuen Expresskassen. Dieser Standort wurde bewusst ausgewählt. Weil unser Standort für diese Lage einfach wirklich ganz genau passt, weil wir die Universität in der Nähe haben, sehr viel junges Publikum und sehr viele Kunden unser Geschäft besuchen und wir eben vermeiden wollten, dass lange Warteschlangen stehen und deswegen können sie die Expresskassen nützen. Große Freude bei allen Mitarbeitern über dieses Pilotprojekt. Wir von Seiten der SPAR sind natürlich sehr stolz und freuen uns sehr, dass wir im EURESPAR nach Villacher Straße diese Expresskassen installieren durften. Bei Kundenzufriedenheitsumfragen sind die Warteschlangen bei den Kassen immer ein Thema, das bemängelt wird. Mit dem können wir dagegen steuern. Der Vorteil ist der, der Kunde scannt und kassiert die Ware selbst. Großen Wert legt man bei SPAR auch auf die Kundenorientierung. In Zeiten wie diesen muss der Einkauf schnell gehen. Viele Kunden haben Terminstress, kurze Mittagspausen und so weiter. Gerade diesen Trend entgegnen unsere Expresskassen. Unsere Mitarbeiter helfen ihnen gerne bei den Kassen weiter. Bei etwaigen Problemen oder Fragen gibt es Hilfestellung seitens der Mitarbeiter. Der Kunde entscheidet aber selbst, ob er die SPAR Expresskassen wählt oder wie bisher die Bedienungskassen. Ein großes Thema bei SPAR ist auch der Jugendschutz. Bei den Expresskassen ist es so, sobald Alkohol kassiert wird, kann der Kassiervorgang nicht abgeschlossen werden. Das heißt, es muss eine Kassiererin diesen Kassiervorgang freigeben. Damit ist gewährleistet, dass kein Alkohol an Jugendliche unter 16 Jahren verkauft werden kann. Bezahlen kann man mit Bargeld, Bankomat oder Kreditkarte. Eine weitere Novität sind die SPAR Gutscheinkarten. Diese können Sie bei der Expresskasse herunterladen. Sie können auch iTunes kassieren und das Lehrgott können Sie auch selbst abwickeln. Mit den neu installierten Expresskassen möchte man den Kunden zu einem schnellen und problemlosen Einkauf verhelfen. Wir von der SPAR sind das einzige Lebensmittelunternehmen in Kärnten, das solche Expresskassen hat und sind damit unseren Mitbewerbern sicher einen Schritt voraus.